Wo war ich beide da? Oh Gott, wenn ich das Bild schon seh! Just Skill! Wer denn Just Skill? Ach so, der da! Das ist wieder so'n typischer Spammer wahrscheinlich. Ach, da ist der Ball. Sagt mir das so'n meiner. Ich warte immer noch. Hab ihn! Nein! Ey, das wäre so schön gewesen, weißt du, ich berühre noch so ganz knapp mit dem Dach und du haust den Dach und dann rein, ey. Ja, das war ja auch mein Plan. Aua. Hauptsache, er ist weg. Ich weiß nicht, hast du mich jetzt noch als Katapult benutzt? Ich weiß es nicht. Die hab dich einfach nur weggeschossen. Guck mal, er ist nicht Jetly, er ist, äh, Rockly. Ich lieg da auf dem Dach, denk, den berühre ich fast noch. Hättest daraus jetzt ein Tor gemacht, ne? Loll! Loll! Ich wollt' den eigentlich auch haben. Ich wollt' den aber auch haben. Nicht die Mama! Was spielen die eigentlich zusammen? Ich weiß es nicht. Ich treffe auch, ich treffe grad keinen Ball. Ja, ich auch nicht, weil die immer den Ball haben. Boah, Jan, ey. Jan wieder mit seiner Paraden-Disziplin hier. Mann! Sorry, ich wollt' da durch. Und ich wollt' genau da durch. Das hab' ich gemerkt. Rempel, Rempel, Rempel. Hast du den Gefühl? Den brauch' ich jetzt gar nicht. Die fliegen ja alle drei schon dahin. Ich nehm' lieber den hier. Hey, den hab' ich nur angeluppt. Ja, der ist so langsam, der kommt nicht. Weil die spielen nicht schlecht. Jan raus! Und Tor machen. Ja, das war ein Zuspiel von Mats, das hab' ich gesehen. War zwar ja ungewollt, dass er so schnell zu dir kommt, aber... Naja. Passt schon. Jaaa! Dass ich wieder fliegen kann. Und er geht... Naja, ey, ey, das war nix spektakulär. Er hat sich rumgedreht und hat nochmal kurz Guus gegeben. Das kann jeder, Jan. Das ist nicht schwer. Ich nicht. Aber das ist gemacht. Das macht eigentlich... Kaum jemand. Ja, weil kaum einer auf die Idee kommt. Ja, eben. Ich versuch das auch hin und wieder, aber... Ja, ich auch, aber ich triff dann den Ball. Was du könnt' ist fliegen. Er ist das Einzige. Naja, Toro mag gehen, nicht verteidigen. Ja gut, kann man... Es ist leider nicht schwer, wenn man den Ball aus Glück trifft. Also eigentlich ist das gefundenes Fressen für uns. Naja, gefundenes Fressen eigentlich nicht, weil wenn du fliegen kannst, hast du ja Vorurteile. Ultrakralle. Ultrakralle? Mit einer Überkralle? Achja, sag ich ja. Guck, du hast gespielt und Tor. Machst du ihn aber auch. Boah, schön reingelegt. Lacka, ich hab mich da reingelegt, weil ich es genau gesehen hab, dass er so nicht spielt. Lacka, die haben ein... Was sag ich? Was sag ich genau dir? Genau dir schreibt sowas. Das war ein schönes Tor. Ja. Weil ich genau das gesehen hab, wo er den hinspielt. Ich leg mich dann einfach rein, das ist doch normal. Ich mein, du hättest ihn wahrscheinlich noch vorher schon locker einfach rüberschieben können oder er hätte ihn nicht mehr gehabt, aber... Ja, ja, mir ging der Boost aus, das war mein Problem. Mir ging der Boost aus. Teilweise finde ich es echt schade, dass es hier keine Ball-Wild-Statistik gibt, aber ich glaube, die kann man einfach nicht richtig umsetzen. Die sollen halt einfach wirklich mal eine Statistik mit den... ...Ballkontakten einbauen. Das kann nicht so schwer sein. Irgendwann? Macht gar nichts. Boah, Alter, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass der langsamer ist und dass der den erwischt. Jan, das hat dir nichts gebracht, auf den Boost zu warten. Alter, wir sind grad den letzten Drücker noch rüber. Im letzten Moment drückst du noch rüber, ey. Mach ja aber auch drauf. Was musst du machen? Wenn du dann von so'n Doppelsprung das einfach kennst... Aber ich fand's viel besser, wenn ich die beiden ausgetrickst habe, weil ich die wieder kommen gelassen habe. Da haben wir uns mal alles schön gechillt reingelegt. Und da hat diesmal keiner geschrieben, Lack. Nein, was mach ich denn? Wo ist Jan? Ich wollte dich total anders berühren. Wolltest du heute schon bei vielen bellen, ne? Aber wunderbar reingemacht. Aber wunderbar reingemacht. Die B-Note ist auf jeden Fall gut. Die A-Note, mangelhaft. Hallo, was wird das jetzt? Alter. Die können doch nur fliegen, ey. Mehr können die nicht. Und ihr könnt verteidigen. Und durch Eigentore, äh, kurz vorm Ausgleich sein. Och Gott, ey. Falsche Richtung. Aber Janis, der im Tor war da. Ja, lol. Aber ey, so wie du ihn berührt hast, dann hättest du ihn eigentlich locker wegschlagen, eigentlich nach vorne schlagen müssen. Ja, ich hab mich mit der Hinterachse berührt. alleine oder줘. Boah, ich hab ihn, glaub ich noch irgendwie abgefällt, lol. Joaa. Jungs. Weg damit! Boó. Golds, ey süß. das war einfach weil sie bei uns bei uns Torlacke geschrieben haben Easy Easy Oh mein Gott ey Eins noch Boah Was war denn das ey Da haben wir merkt Easy Alter das war knapp ey Noobjimmel wir ziehen Die haben aber Also wir gewinnen aber Die sagen Noobjimmel Ja alles klar Aber was war das für ein Match ey Ach nö nicht die eine Oh und zum Schluss die Runde Lol was hat denn der für ein Profilbild Ein scheiß Delfin alter Ja ist doch süß Kannst aber auf deren Webseite gehen Kickback.com Vielleicht sind da auch Delfine drauf Das gucke ich jetzt gleich mal Ich wusste es Jetzt gucke ich mal Ob da gleich Delfine sind Vielleicht gibt es doch ja Delfinzubehör Vielleicht kannst du ein Delfin kaufen Ja Delfinzubehör Wie hieß denn der Fernsehsendung Flipper Flipper Ja Ich hab halt das Bild gesehen Ich musste irgendwie so von Flipper denken Ich glaube das soll sogar Flipper darstellen Also echt danke Philipp Bitte Die wisst auch nicht so ganz was Mit dem Ball machen So hab ich das Gefühl Ey ich hätte gewusst Wenn ich nicht rumgeschubst Sehen würde Den hat der Ganz schnell Ganz schnell mal aus dem Weg gehen Sonst hoff ich heute noch Amok Ach das läufst du jeden Tag Mit Jan schon Hey Also In GTA Ja gut da kann ich's Da kann ich's ja verstehen Wenn man mir denn sowas unterstellt Aber in Rocket League Ich hab das Gefühl Dass sie sehr offensiv sind Ja Und was alle drei vor mir sind Einen davon kennen sie nämlich nicht Mats der war nicht so cool Der war überhaupt nicht cool Doch War zu schwer Philipp Du brauchst mich nicht drehen Das war die Rache von vorhin Ich wollte nämlich genau da lang Genau da Ja Ja ist mir auch egal wo du lang willst Mann Wieso hat das so lang gedauert Jan ich bin Feldspieler Feldspieler haben Vorrang Ich bin auch ein Feldspieler Nee du bist Torhüter So ein Feldspieler Nein Frag mal Frag nach bei Manuel Neuer Danke Ach schade Ich wundere echt Dass der eigentlich nicht den Preis des Fußballer des Jahres Bekommen hat Damals Neeoo Oh hier Ronaldo den N üzerine Gemacht hast Boah jetzt schiebt der Arsch mich auch noch an Sehr schön Sehr schön Genau so hin wie Dings Die Ronaldo Das eine Mal hab ich das Eiskatt gebracht Da hab ich den dem Ich hab den anderen Ball genommen und hab mich voll zwischen die Beine geschossen, ey. Hat den jemand? Nein, der geht rüber. Ich hab ihn fast doch gehabt. Spielt ihr den Mann? Ich bin nicht vorne, ich bin hinten. Ich wollte immer so auf dem Boost fahren, wo ja mich ja gerade zentrunner gestoppt hat. Ich bin nur da hinten raus. Alter. Komisches Spiel. Nee, wir spielen hier gerade die ganze Zeit hin und her. Ja, wir spielen hier mal jetzt nach vorne, komm. Verlängerung nach vorne, los! Ach du Arsch! Da! Ja, der eine hat mich angeschoben. Ist ja nix neu, ey. Nee, in dem Spiel hier nicht. Ja, der hätten sie jetzt ein Tor so gemacht, ne. Hui! Kommt der denn auf einmal her? Mein Wagen war schneller, Philipp. Du hast einfach nur schneller reagiert, würde ich einfach mal sagen. Äh. Das wollte ich dir jetzt eigentlich nicht unterstellen, dass ich, äh, da jetzt den besseren Reflex hatte, aber okay. Du hast es ja gesagt, dann ist es ja in Ordnung. Ich war überrascht, deswegen reagierst du dann langsam automatisch, das ist bewiesen. Oh, ich war aber auch eigentlich auch relativ überraschend. Und deswegen so... So, wir reden raus, cool zu Manuel, neuer Like. Boah, es gibt es einfach nicht. Jaaa... Nope. Sorry, Mann, ich wollte den eigentlich zerstören, ging nur nicht so ganz auf. Nee, Friendly Fire ist hier zum Glück deaktiviert. Ja, ich meinte... Sonst würden wir uns, glaub ich, mehr gegenseitig in die Luft springen, als die Gegner. Ja, wir kommen uns nicht zu mehr wirklichen Torchance momentan. Boah! Jetzt, Tor! Was? Aber eigentlich nicht sein. Nein. Ich brauch Boost. Pass die Leute, die einfach mit Boost vor zum anderen Hunderter fahren und den dann einsammeln, ne? Oh, shit. Boah! Hm... Klärt den mal bitte einer. Danke! Nee, kein Danke. Der ist immer noch nicht raus. Das war falsche Taste zuerst gedrückt. Mein Gott, ey. Die spielen schon sowas von offensiv, ja? Sorry, Jan. Leute, nicht entschuldigen, Tor machen. Danke. 13 Sekunden vorm Ende, alter. Das war jetzt ein wichtiges Tor. Fing. Er kommt da an. Und dann hätte er es doch fast geschafft, ihn mit dem Heck zu berühren. Okay. Reicht Skate nochmal zum Schluss? Reicht Skate nochmal zum Schluss? Reicht Skate. Nochmal ganz gediegen, entspannt. Keins reinlassen. Ja, keins reinlassen. Okay, ich mach ein Tor. Oder so. Lars. Ja. Nimm. Oder wie auch immer. Zurück ging der nicht aufs Tor. So. So. Vielen Dank wieder an euch beiden. Wir haben wir die Stunde voll. Ich nicht. Ich bin die gleiche Liga geblieben, wo ich am Anfang war. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wieder Daumen hoch umgeben. Und an euch beiden. Ciao. Ich hab ne Scheiß Waffel mit Honig obendrauf bekommen als Antenne. Tornwaffel. Ja, so in etwa. Mann, ich bin immer noch nicht Level 40.